Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple ist wieder am Start und zwar bei der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es hier um eine Solarlampe und zwar eine Solarlampe mit IP67 Konfiguration, die in 16 verschiedenen Farben nicht nur schwimmen kann, sondern auch per Fernsteuerung eingestellt werden kann. Wir alle kennen das ja, die dunkle Jahreszeit geht los, ein bisschen mehr Beleuchtung im Garten wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt an der Stelle gucken wir uns mal hier diesen Brocken an. Ich nehme es mal kurz zur Seite. Fernbedienung ist dabei, Ladekabel ist dabei, Karton kann erstmal weg. So, das Gerät kommt erstmal aus der Folie raus, sieht an der Stelle schon mal fast aus wie so ein großes Dinosaurier-Ei und ist sozusagen integriert ein Solarpanel drin. Das heißt, das Solarpanel lädt dieses Gerät tagsüber auf. Normalerweise sieht man die Solarpanels, hier bei dem ist es so, man kennt diese LED-Kugeln vielleicht zur Gartendeko oder auch diese Stein-Deko bzw. Schrägstrich Ei-Deko, man weiß nicht so richtig, was es sein soll. Wurde als Steinmuster offiziell so angepriesen, sieht aber wirklich in echt, wenn man das so vor sich hat, mehr so wie so ein Ei aus. Soll an der Stelle nicht weiter schlimm sein, an der unteren Seite haben wir einfach einen simplen On-Off-Button, der wird dafür genutzt logischerweise um das Gerät einzuschalten oder wir machen folgendes, wir schalten die Farben dabei hin und her. So, jetzt haben wir gerade den automatischen Modus drin, man sieht ein bisschen, die Farben wirken jetzt nicht ganz so dolle, weil ich eine mächtige Beleuchtung dagegen steuere, das werden wir aber gleich nochmal ändern. Wir können das Ganze natürlich auch wieder so ausstellen und wieder einstellen, dementsprechend hat man dafür natürlich idealerweise eine Fernbedienung. Die kann man auf jeden Fall mit verschiedenen Farben interagieren und leuchten lassen. On-Off kann ich darüber schalten, kann die Helligkeit einstellen, weiß, rot, grün, blau und alle anderen Farben, Flash-Modi, Strobe, Fade und sogar noch einen Smooth-Modus habe ich. Das heißt, dass es einfach ineinander übergeht, das wird alles hier nochmal wunderbar beschrieben, braucht man aber eigentlich nicht. Hier wird übrigens nochmal ganz toll beschrieben, wer sich wundert, wie das im Inneren aussieht und es nicht unbedingt aufschrauben möchte. Also das Solarpanel ist circa so groß, sonst würde es ja auch gar nicht reinpassen, wie hier dieser kleine Umfang. Wenn man die Schrauben löst, müsste es dann im Inneren natürlich sich herauslösen und das Ganze sieht dann so aus. Ungefähr sagt man so, das braucht sechs bis acht Stunden, bis es geladen ist. Jetzt habe ich noch nicht rausgefunden, meinen die jetzt per Solar, weil das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Wir haben jetzt hier nämlich einen 2000 mAh Akku drin. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach eine 18650er Batterie sein wird. Die ist einfach sehr kostengünstig und wartungsarm. Ja, ansonsten kann die acht bis zehn Stunden leuchten, so steht es jetzt hier. Und was lustig ist, wir haben sogar noch einen Erdspieß, falls ihr das nicht in den Dreck legen möchtet. Finde ich ja auch sehr interessant. Und auf der Website wird nochmal ganz genau beschrieben, wie man das Teil in den Erdboden befördert. Das ist auch so für, naja, den einen oder anderen, der sich wahrscheinlich mit der Gartenarbeit nicht auskennt. Der braucht aber solche Leuchte nicht. Wem das Ganze natürlich nicht schnell genug geht, das über Solar aufladen zu lassen, weil dann die, ich sage mal, Leuchtzeit nur noch zwei, drei Stunden nach dem Sonnenuntergang beträgt, für den gibt es Gott sei Dank einen USB-A-Stecker auf Rundstecker. Das heißt, klicke ich hier rein, lade ich dann einfach drinnen auf und dann kann ich das Gerät schon in Betrieb nehmen. Da mich sowas natürlich immer brennend interessiert, wie die Ladeautomatik im Inneren so aussieht, wollen wir mal ganz kurz schauen, mit wie viel Milliampere wir das Gerät aufladen können. Und dann sehen wir auch schon, die Ladeautomatik riegelt ab bei 500 Milliampere. Das heißt also, die sechs bis acht Stunden Ladezeit sind auf jeden Fall auf das Kabel angegeben, weil, wie gesagt, bei 2000 Milliampere brauche ich locker für die 2000 Milliampere jetzt schon vier Stunden, aber damit ich die richtig vollkriege, dauert es wahrscheinlich eher so um die sechs. Oh, jetzt ist mal ein bisschen, ach nee, jetzt ist die Voltzahl, ich dachte schon, ist ein bisschen was passiert. Ja, also ich habe es jetzt noch nicht weiter aufgeladen, ich habe es vielleicht mal so zehn Minuten dran gehabt, damit das den angeht, weil anscheinend wird das hier so geliefert, dass es nicht in Betrieb starten kann. Das heißt also, der Akku ist bei Betrieb leer, was auch nicht sonderlich gesund ist, aber egal. Dann könnt ihr hier unten diesen Nippel wieder drüber machen und innerhalb von Sekunden ist es dann nicht mehr problematisch. Was ich jetzt gerade übrigens feststelle, das sieht hier so aus, als wenn man hier mal so eine Art Griff drin hatte, dass man das aufhängen sollte, das wurde wahrscheinlich nie vollendet, gab es nämlich nicht dazu. Gut, nun gucken wir uns das Ei oder den nachgemachten Stein, auch wenn er so nicht mehr aussieht, an wie er so leuchtet. Wenn man sich den in den Garten legt, ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht wirklich gar nicht so schlecht aus, wir werden es uns dann nochmal ansehen, warum hier keine dunklere Folie drüber ist. Einfach logischerweise die UV-Strahlung, die Sonneneinstrahlung muss ja das Solarpanel aufladen. Wäre die Oberfläche dunkler, würde nicht so viel Licht durchgehen, sowieso ist es diffus, also da kommt sowieso nicht sonderlich viel Licht durch, dementsprechend dauert es auch ewig, bis es über Solar eigentlich erst mal voll ist. So, schauen wir uns mal auf den ersten Blick an, wie das aussieht, wenn ich jetzt das Gerät erst mal starte. So, ich drücke drauf, direkt auf On, habe jetzt hier die blaue Farbe. Flackern tut es natürlich nur im Video, das heißt, weil es einfach zu dunkel ist für die Aufnahme. Ansonsten flackert das Gerät nicht, ich kann die Helligkeitsstufen hochstellen, alles mithilfe der Fernbedienung. Machen wir mal wieder runter, die geringste Stufe, müssen wir mal spaßhalber hier das Licht ausmachen. So sieht es auf der geringsten Stufe aus, schon mal nicht weiter schlecht, aber wir wollen natürlich ein bisschen Helligkeit. So sieht das Ganze dann schon effektiver aus. Schauen wir uns mal die anderen Farben an, gehen wir mal auf grün rüber, auf blau, orange, grün, lila, gelb, türkis, noch mal ein anderes lila, gelb, wieder ein türkis und noch mal ein dunkleres lila, beziehungsweise es geht ins orange, äh, ins orange, ins lila rüber, hätte ich fast gesagt, und zwar ins pink, türkis noch mal. So, hier haben wir nochmal alle Schritte vom pink sein, die hellste und dann wird es immer weiter dunkler, bis ins blau hinein, also türkis und immer weiter heller, bis es irgendwann grün wird, gelb und ihr seht, bis ins orange hinein. Kann ich übrigens auf kalt weiß auch stellen, ist jetzt die maximale Helligkeit, so, das sieht so aus, es flackert wieder nur im Video, nicht in echt, ja. Wenn ich jetzt die natürlich etwas weiter runter stelle, wenn ich es auf maximal mache, ist die Herzfrequenz in Ordnung. Was ich ein bisschen irritierend finde jetzt hieran ist, die Funktion hier, ich weiß nicht, wer sich sowas in seinen Garten legt, oder irgendwo ins Haus rein, das finde ich einfach nur, naja, abstoßend. Ansonsten gucken wir mal, genauso hässlich ist diese Funktion hier, kann man gerne zur Disco- oder Partyleuchte im Garten umwandeln, reagiert natürlich nicht auf Musik. Dann haben wir noch den weiteren Fade-Übergang, der ist etwas besser gelungen, da ist sozusagen der Farbwechselmodus aktiv und wir sehen, wie die einzelnen Farben durchgesprungen werden, allerdings etwas langsamer. Wer das natürlich so mag, der kann das Ganze natürlich im Smooth-Modus machen, Smooth hört sich für mich langsam an, geht aber schneller. Das ist der Smooth-Modus, ja, dementsprechend war es das eigentlich, was die Lampe so kann. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie es denn so draußen wirkt. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie es denn so draußen wirkt. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie es denn so draußen wirkt.